Hey Leute, Willkommen zum Hühnerpart. Das war eigentlich an Folge, äh an Part 19 mit drangehängt. Jedoch habe ich dann so gefailt und mich teilweise angestellt. Und was so lange dauert auch noch, habe ich jetzt entschlossen, das extra Part hochzuladen. Ich habe diesen Anfang hier, den habe ich jetzt extra nochmal danach aufgenommen, was jetzt quasi wie eine extra Folge ist. Und die wird dann quasi noch zusätzlich zu der normalen Folge hochgeladen, weil... Ich, naja, naja, ihr, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Gut, vielleicht habt ihr trotzdem ein bisschen Spaß, mir beim Fällen zuzugucken. Und deshalb, ja, ciao. Oh, die Hühner sind weg. Hilfst du mir, es wieder einzufangen? Klar doch. 5,49 Sekunden, okay. Da muss ich mich jetzt konzentrieren. Ah, das Goldene ist schon mal da. Kommt schon. Äh, ah, okay, das schaffe ich nicht mehr. So, ach Gott. Nein, das werde ich nicht mehr schaffen, glaube ich. So, ich schmeiß dir mal schon mal nur in Richtung da, wo ich hin will. Wo ich sie hinhaben will. Ja, okay, wir können... Ach, geh auf die Seite. Ups. Okay. Komm her, Hühnchen. 3, 4, jetzt noch ein fünftes, schnell. Oh, ja, wir schaffen es noch. Okay, cool. So, den Rest. Ja, war doch chilliger, als ich dachte, ich war schon ziemlich gestresst gerade. So, ist abgelaufen, aus und vorbei. Danke, hier zum Dank. 20 Muppeln. 90 Uriene. So, ja, einmal geht noch. Klar, noch okay. Ähm, 550 Sekunden. Gut, diesmal... ...nicht lang hängen bleiben, überall. Hä? Oh, schade. Okay, das Huhn ist an der Treppe hängen geblieben. Ja, das... Ja, das schaffen wir nicht mehr. Gut, ähm... Ja, die restliche Zeit können wir einfach nur noch mal totschlagen. So, ungefähr. Ach, stimmt, das... Goldene Huhn darf man ja nicht, ähm... Ah, okay, so kann man das auch machen. Gut, zu wissen. Hey du, du wolltest doch Hilfe. Klar doch. Mir fällt dir auf, das hätte ich gleich nicht machen können, als ich Geld gebraucht hätte. Dann hätte ich hier nicht, ähm... ...das andere machen müssen. Naja. Ist ja jetzt auch egal. Gut, die... Die weißen Hühner rennen dann immer ewig weiter. Die fallen dann... ...gehen dann automatisch in das Eck runter. Das Goldene muss man hin und wieder werfen, sonst fliegt es einem davon, wie mir gerade eben. So... Ach, komm auf die Seite. So. Ach, wir haben schon eins drin. Oder zählt das? Na, auf jeden Fall werden das jetzt... Oh mein Gott. Na, komm schon. Schaffen wir es noch? Ja, wo war denn das letzte Huhn? Hat es noch geklappt? Ah, fast. Na, komm, diesmal schaffen wir es. Ich glaube, das ist die letzte Runde. Gut. Ich werfe mal Schrübe. So, oh, das Goldene ist diesmal da hinten. Okay. Ah. Das könnte mir den Sieg gekostet haben. Ah. Oh, okay. Das hat mir garantiert den Sieg gekostet. Gut, dann nochmal. Entschuldigung, dass ich so... Ich ist so anstelle, aber... Das ist wirklich nicht so einfach. Gut, erstmal du wieder. Komm, mach da. Auf die Seite Postbude. Gut, du wirst auch darüber... Oh, da ist gleich noch eins. Goldenes Hühnchen. Nach unten. Oh, na toll. Oh, das ging jetzt so gut. Mal schauen. Okay, ich habe ja... Ich habe ja übelst Pech gerade. Gut, ähm... Okay. Jetzt schaffen wir es aber. Ja, ja, klar. Von 450 Sekunden. Gut. So, du gehst da rüber. Du gehst auch darüber. Bleib mich da am Haus hängen. Das sind dann mehrere Goldene Hühner, glaube ich, oder? Ja, es sind wirklich mehrere. Ach, okay. Schon wieder vergessen, dass das ja... Ach, mal... Oh, hier... Mua. Ich konnte... Mua, Mist. Das hat mir jetzt, glaube ich... Das hat mir den Zieg gekostet. Naja, ich habe... Ich fäll hier überhaupt. Naja, das wird so nix. Ne, ne, ne. Hm. Ich muss mit den Goldenen Hühnern besser aufpassen. Außen vorbei, ja. Hm, leider nicht genügend gefangen, ja. Weiß ich über ihre Hilfe. Kann ich ja jetzt aber... Okay, sorry, dass ich so lange brauche. Ich kann es nicht oft genug sagen. Aber... Was sein muss, muss sein. Diese Typen da. Ah, komm schon. So. Ähm, schaffen wir es. Gut, eins. Zwei. Da. Ah, das ist schon wieder so knapp. Oh Gott, wie soll man das denn... Was soll man das denn schaffen hier? Na, ja, klar. Nach... Lame. Hm. Okay, ich habe es mir an... Ich weiß, ich habe mir jetzt eine andere Taktik überlegt. Gut, ich fange wieder gleich an. Werf das darüber. Dann gehe ich nach oben. Gehe hier hin und werf das darüber. Hol jetzt... Hol jetzt das hier. Nicht aufregen. Oh. Da sind Leute, wo hier rumlaufen. So, werf das da rüber. Hol mir hier das Hündchen. Werf das so rüber. So, und jetzt ist das Gold, ne? Gut, wenn jetzt das nichts mehr schief läuft, müsste es klappen. Ja. Apropos schief läuft. Gut. So, du gehst da rein. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Oh oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Zählst du noch? Zählt das eine Hündchen dann noch? Das waren, das waren fünf. Das eine war hier, das so drum gehangen, deswegen ging es wohl nicht. Na toll. Das waren noch fünf oder nicht? Hä? Langsam, glaube ich, richtig spinne, irgendwie. Okay, so. Rüber, rüber. So. Rüber. Rüber. Ja, das ist gerade irgendwie, tippt, tippt, gerade meine R-Taste quietscht irgendwie. Ich hoffe, man hört es nicht. Gut, ähm. Ach, da ist das andere Gold, ne? Ja, jetzt, das schaut gut aus. Ja, hier, fünf Hühner. Oh nein, eins ist nach oben abgehaut. Oh oh. Ach nein. Ah, warum musste das jetzt abhauen? Fast. Hä? Es hat doch geklappt. Okay. Was? Es geht noch weiter. Okay, dann wäre es mein Drugsfragmentet vor allem. Ähm, nicht das. Hä? Es gibt, es gibt noch eine Runde? Okay. Hm. Das war jetzt halt ja schon heftig. Gut, was gibst du mir wenigstens? Eine Truhe, wo wahrscheinlich ein weiteres Fragment drin ist. Gut, ähm. Was machst du eigentlich? Boah, keine Angst. Auch nicht vereinen? Okay. Ja, geben wir erstmal ein bisschen Geld aus. Hätten wir vorher, glaube ich, schon machen sollen. Kommt jetzt einfach mal das Teuerste. Sechson-Rubine. Ja. Wir sind verrückt. Cool. Okay. Jetzt haben wir wieder schön wenig Geld. Können jetzt, glaube ich, 60 Rubine tragen. Nein, 50. Okay. Hühner sind schon wieder weg. Gut, wie viele denn? 545 Sekunden. Oh mein Gott. Das ist garantiert die letzte Challenge. Okay. Das ist Huhn Nummer 2. Ach, die sind jetzt auch alle woanders hier. Oh. Nein, das war... Das packe ich auf jeden Fall nicht mehr. Puh, okay. Erstmal schauen, wo die ganzen Hühner sind. Jetzt sind viele hier oben. Weil man es anschein... Weil man es sonst wahrscheinlich auch nicht schaffen würde. Gut, rein da. Rein da. Rein da. Das sind 4 wahrscheinlich. Aber wo ist noch eins? Da ist noch mal eins. Okay. Das war nicht genug, oder? Ja. Dachte ich mir schon. Okay, gut. Ja, Hühner weg. Einfachen. Klar doch. Gut. Goldenes Huhn. Rein da. Okay. Ja, ich... Ihr merkt schon, ich rede noch weniger. Jetzt gerade, weil... Da muss man sich echt konzentrieren. Vor allem mit den Goldenen. Ja. Das war knapp. Komm schon. Bleib da. Okay. 2. 3. 4. Gut, ich glaube, ich muss nächstes Mal noch weiter nach links... Ah, da ist noch eins. Das... Das müsste aufgehen, oder? Das müsste gewesen sein. Hä? Ja, das war's. Geil. Wir haben sogar noch voll viel Zeit übrig. Das waren schon 5, oder? Ja. 30 Muscheln und... 130 Urbine. Und es geht immer noch weiter. Okay. Ich dachte, das Spiel ist schon so gut wie zu Ende. 650 Sekunden. Gut. Gut, das wird... Haarek. Rein da. 1. Goldenes. Du gehst da rüber. Denn das wären 3 bis jetzt. Hier ist nochmal 1. Ah. Geh auf die Seiten. 4. 5. Wenn das jetzt, glaube ich. So, so. Komm her, auf die Seite. 1 noch, glaube ich, oder? Ja, du musst... Ich glaube, das sind aber 5, oder? Ja, ich denke... Ah, Hund. Ich denke, das war einer zu wenig. Hm. Okay, da oben ist nochmal ein Hund. Das muss ich dann auch gleich holen. Oh. Das hat doch gelangt. Jetzt kann man Glück sagen, man muss sogar schon. Also, ich wusste nicht, dass man hier so viel Geld... ...dass es hier so lang geht, weil es hätte ich hier mir das Geld geholt. 7.69 Sekunden. Okay. Weiter geht's. Ja, der Part wird wahrscheinlich... ...ewig lang werden. Wissen Sie, wie das hier ausschaut. Gut. Hier geht das mal rüber. Das sind jetzt 3 Hühner insgesamt. Komm her. Ah. Na, komm schon. Das sind 4. Wie viel waren es? Ich habe 7 Hühner, ne? 5. Hm. 6, 7. Oh nein. Es ist abgeprallt. Das könnte verdammt knapp werden. Wenn jetzt das... ...wenn es jetzt hier alle waren, aber ich glaube, das waren nicht 7, oder? Das waren viel weniger. Hm. Komm schon. Schaffen wir es noch? Da ist das andere Huhn. Komm schon. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Nein. Und, und, und. Ah. Okay, um ein Haar. Gut, klar doch. So, ich werfe jetzt nur noch in die Richtung. Ich glaube, das ist besser. Ja, mache ich ja eh schon, aber jetzt hat auch das erste da. Okay, hier ist das nächste. Oh, da ist ein goldenes. So, da rüber. Zack. Oh, na toll. Die sind da hoch. Ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt. Und sorry, dass ich mich... ...dass ich so wenig sag. Ich... ...muss mich hier voll konzentrieren. Okay, du gehst da rüber. So, schnell, bevor es... Ach, komm schon. Das Greifen funktioniert nicht wirklich. Das ist das Problem. Ja, Mann. Hm, schade. Das wird jetzt langsam echt schwer. Aber ich glaube, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Man braucht nur die richtige Taktik, dann hat man es. Okay, du bist rein. Nein, ein goldenes Huhn ist rechts. Zwei. Ich merke mir mal nicht, dass dann irgendwelche fehlen. Gut, du gehst drüber. Und du gehst drüber. So. Gut, darüber. Komm schon. So, das müssten jetzt auf jeden Fall genug Hühner sein. Wenn sie mir nicht alle davonlaufen. Okay. Ich glaube, das waren alle hier unten. Oh, das eine Huhn ist wieder da hinten. Ach. Okay, fail. Hä? Aber warum sind die Hühner wieder da hinten gewesen? Toll. Na gut, nochmal alles. Ich sehe schon, der Part wird eine Ewigkeit dauern. Ich glaube, ich muss zuerst die einen Hühner, wo ich jetzt hingeworfen habe, reinschmeißen, sonst sind die wieder an dem Standardplatz vom Anfang an. Gut, 1, 2, 3, 4, ja, wir sind gut dabei. Ach, das ging nicht rein. 4, 5. Oh, das können wir uns jetzt den Ziegel gekostet haben. Doch, da ist noch eins. Ach, komm schon. Höh, what the fuck? Ah, Mist. Dieses Gold, eine goldene Hühnchen hier. Na, nimm's halt. Wegen sowas, da kann man sich aufregen, ey. Ich meine, du stehst bei dem Hühnchen und wirst greifen und dann klappt es dreimal nicht. Naja, nichts Zeit, mich aufzuregen, ich stelle mich wahrscheinlich nur zu blöd an, okay. Das ist zwar schlecht, denn wir wissen, es kommt ja auf jede Sekunde an. So, gut. 1, 2, 3, Nummer, ach, stimmt ja. Die goldenen fliegen ja weg, schon wieder vergessen. 4. 5. Okay. Wenn ich jetzt, wenn das jetzt mit dem goldenen Hühnchen klappt, dann müsste ich es schaffen noch. Grad zu, aber. Nein. Ah. Okay, fail. Gut, ähm. Ja, der Part wird extrem Überlänge haben, das merke ich gerade irgendwie. Würde ich hier nicht so oft failen. Naja. Naja, kann man nix machen. Ist halt so, wir wollen ja alles schaffen. Und da gehört es nun mal dazu. So, rein da. Oh, du bist wieder links. Ah. Okay, okay, das brauchen wir gar nicht weiter probieren. Das geht, das schaffen wir garantiert nicht mehr. Warum hat ihr eigentlich ein Zeitlimit, wenn wir, wenn wir ihr helfen sollen? Naja, na, 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 das schaffen wir nicht mehr. Ich bin jetzt langsam schon zu pingeln, nicht mit der Zeit, dass irgendwie, ich weiß nicht. Naja. Gut, ähm. So. Du bist noch da. Ach, komm schon. Kann doch nicht sein hier. Gut, bitte bleib rechts. So. Merke, wenn man auf dem Huhn draufsteht, also so direkt, kann man es nicht hochheben. Gut. Gut, das war, ja, das kriegen wir nicht mehr. Okay, nochmal von vorne. Hm. So, ich tue euch gerade wahrscheinlich ziemlich langweilend mit dem Part. So. Fangen wir nicht mal gleich hier. Gut, du gehst rüber. Du gehst auch rüber. Wir können es noch schaffen. Bis jetzt haben wir ja hier noch keine großen Fails. Gut. Oh, ah, da ist ein goldenes Huhn in der Tür. Ja, damit. Zum Glück habe ich das. Ah, in dem Moment wollte ich gerade werfen. So, rein. Rein. Okay, das Gefühl, die war das jetzt? Ich weiß nicht genau. Ist ja auch egal. Komm schon. Reicht nicht mehr, ja. Weg da, weg da. So, okay. Das können wir noch schaffen. Wir müssen, wir müssen nur an uns glauben, Freunde. So. Ah. Was ist, das dauert so lang? Aber wie soll, wie soll man das denn denn schaffen? Hm. Ich bin langsam echt überfragt. Hm. Okay, ich probiere es jetzt einfach weiter hier. Da lang, das war jetzt, vier Hühner müssten jetzt da hinten liegen. Ist ja schon das fünfte, eigentlich müssten wir hier jetzt hier fünf hinhaben. Eins. Eins. Zwei. Drei. Eins ist dahinter, habe ich gesehen. Na, es ist noch weiter hinter, okay. Ja, das können wir gleich wieder aufgeben. So, ich werde wahrscheinlich einen Link im Video machen, wo man nach vorne springen kann, weil, oder irgendwie sowas, weil ich kann euch das nicht antun, euch das hier anzuschauen. So, ah gut. Ich dachte schon, es geht nicht mehr rein. So, rein da. Gut, machen wir mal einen anderen Weg ein bisschen. So. Okay, da ist eins. Nehmen wir zuerst das da oben. Das schaffen. Verdammt. Na, ihr merkt schon, ich werde langsam ungeduldig. Ja, das kriegen wir nicht mehr. Ich darf das, ich darf die, ich, wenn die weißen Hüller mir davonlaufen, dann, dann packe ich es nicht mehr. Die goldenen bleiben ja zum Glück stehen, die sind mir jetzt inzwischen fast schon lieber. Ja, okay, die brauchen länger dafür. So, ich hoffe jetzt mal, dass das irgendwo hängen bleibt, wo ich es dann fangen kann. Okay, hier sind eins, zwei, drei. Eins. Ja, damit. Zwei und. Ah, das ist schon wieder so weit weg. Und drei. Vier. Hühnchen. Jawohl, es rennt nicht mehr. Ich werfe lieber nicht weg. Fünf. Okay. Mit etwas Glück schaffen wir es. Nein. Sechs. Oh, 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 oh. Habe ich mich verzählt, oder? Das kann doch nicht sein. Ja. Haufen wir einfach mal auf unser Glück. Sieben. Zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs. Nein, das sind zu wenig. Drei. Hä? Das war eines zu wenig, oder? Habe ich mich verzählt. Ja, doch, es reicht. War es immer noch nicht zu Ende? Boah, aber Geld kriegen wir hier in Arschung. Wie viel denn jetzt hat? Zwei. Zwei Hühner in 55 Sekunden. Okay, das wird anscheinend ein Versteckspiel. Ich denke mal, hier oben ist eins irgendwo. Ist am weitesten weg. Hm, keins. Hier ist eins. Gut, das lege ich lieber nicht. Schmeiße ich lieber nicht weg. Aber wenn jetzt das andere auf der anderen Seite des Ufers ist, dann haben wir verschissen. Hm. Wo können das andere Huhn sein? Wenn es nicht auf der anderen Seite des Ufers ist, dann können wir es noch schaffen. Außer es zählt noch das, was da schon im Stall ist, dann wäre das ziemlich cool. Aber ich denke mal, hier hinten ist es dann noch irgendwo eins. Ja. Okay, gut, jetzt wissen wir schon mal, wo sie sind. Nein. Gut. Entschuldigung. Okay, ich würde sagen, wir machen das dann. Gut, okay. Ich habe mir schon überlegt, wie ich es mache. Ich hole mir zuerst das untere hier und werfe es in die Richtung. Und hoffe dann mal, dass es sich nicht verläuft. Das wäre nett. Jetzt schnell darüber. Gut. Ja, es ist irgendwie, ich finde es chilliger eigentlich. Oh, oh. Nein. Nein. Mein schöner Plan. Okay, nicht, Huhn, Huhn nicht werfen. Merke. Gut, 18 Sekunden. Wir könnten es noch schaffen. Komm schon, zweites Huhn. Helf mit. Sei hier irgendwo. Und, 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 und. Ist es hier nirgends? Nein. Da, da war es. Zeit abgelaufen. Ach, es wäre eh weggelaufen. Okay, ich muss jetzt zuerst voll in Richtung Hühnerstall donnern. Am besten tue ich, ich laufe ich ihn danach mal hinterher und sammle es hier nochmal auf an der Stelle. Na, komm her. Gut. Ich, keine Angst, ich will dich nur fangen. Gut, da kannst du bleiben. Okay, jetzt hat Vollspeed nach oben. Nein, 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 aus dem Weg, aus dem Weg. Puh. Ich habe das damals nie zu Ende gespielt, weil ich es immer so schwer fand. Aber im LP muss das schon mal sein. Wir wollen ja alles schaffen. Okay, 15 Sekunden. Puh. Gut, Huhn, sei da. Also, anderes Huhn. Jawohl. Wir haben es geschafft. Yay. Ich glaube, das war die letzte Runde, hoffe ich mal. Zeit ist abgelaufen. Komm schon. Komm schon. Ja. Ist es wahr? Nein. Wirklich nicht? Hä? Immer noch nicht. Kann noch nicht sein. Okay, 3 Hühner in 55 Sekunden. Gut. Ja, wir brauchen nicht in Häusern außerhalb der Stadt zu suchen. Okay. Ah, wisst ihr was? Ich lade das, ich lade, das mit, die ganze Hühnersache, lade ich als eigenen Part hoch. Und der, und ich verlinke den dann und sagt, Hühner Part oder sowas. Weil, ich mache glaube ich doch jetzt allein an den Hühnern hier schon 15 Minuten, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich dachte, das ist so eine, so ein schnell nochmal ein Herzteil mit, äh, am Ende nochmal ein Herzteil mitnehmen, was zwar länger dauert, aber machbar ist. Ende, in vier Minuten oder so. Aber ist ja unmenschlich hier. Okay, das dritte Huhn ist wahrscheinlich hier, oder? Nein. Wo ist das dritte Huhn? Wenn wir es noch finden würden, das wäre perfekt. Also nicht unbedingt mitnehmen, aber halt wissen, wo es ist. Nein, schade. Hm. Wo könnte das sein? Gut. So. Auf jeden Fall werde ich mich nächstes Mal besser informieren, ähm, wie lange so eine Sidequest dauert. Damit nicht wieder sowas passiert. Okay, da ist nichts mehr. Aber wo ist dann, wo ist dann das dritte Huhn? Höh? Da unten habe ich was gesehen. Nein, okay, das hat mich verarscht. Gut. Huhn Nummer eins. Wissen Sie, was ich suche jetzt lieber nach dem dritten Huhn? Hier ist das zweite. Das dritte Huhn muss hier oben sein eigentlich. Weil woanders kann es gar nicht mehr sein. Hm. Äh, hier unten, das schafft man doch niemals. Ach und. Tatsächlich. Boah, ist das fies. Boah, ist das fies. Okay. Das wird hart. Klar doch. Gut, holen wir uns erst mal das Spice-Hun. Gut. Ich hoffe mal, wir müssen die Goldenen nicht vorher, ähm, uns schon mal bereit werfen, weil ansonsten packen wir das hier nicht. Wenn der Hund jetzt hier den Weg freilässt. Jawohl. Gut. Ja, damit. So, Hund macht den Weg frei, macht den Weg frei. Ja. Okay, diesmal ist der Hund nett. Aber die Zeit läuft davon. Das schaffen wir niemals. Hm. Schade. Alter, man braucht ja schon so lange, um das Huhn zu, eine Huhn zu holen. Das ist doch, das ist doch eine Verarsche hier. Ugh, das kann doch nicht sein. Hä, das muss anders gehen. Aber ich konnte das Huhn nicht, ich konnte das Huhn doch nicht über den Steg drüber schmeißen. Ja, okay. Gut, holen wir uns diesmal zuerst, weil die Goldenen Hühner. So, oh, schade. Ich hätte besser aufpassen müssen, dann wäre ich jetzt nicht so an dem Huhn vorbeigelaufen. Komm schon, bleib da. Ne, also das ist ja... Posse, Bruh. So, Laufhühnchen. Ja, ach. Verarsch mich halt. Ne, das ist ja... Wie soll man das dann schaffen, bitteschön? Das kann nicht sein. So geht das nicht hier. Und so geht das erst recht nicht hier. Ich muss das Huhn über den Fluss schmeißen können. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie funktionieren kann. Gut. Hm. Okay. Hier merkt schon, meine Motivation sinkt langsam. Das Spiel ist so... ...ockenschwer. Okay, versuchen wir mal das Huhn... ...über den... ...über den Fluss zu schmeißen, weil anders... ...anders kann das hier nicht funktionieren. Ja, okay. Ob das... Ah, jetzt kommt hier der scheiß Postbote. Und der Hund. Na toll. So geht das nicht weiter hier. Scheiße, Huhn-Tot. Hm. Na los auf die Seite. Äh, wie sollen wir es jetzt schaffen? Ach, das ist doch... ...schlechtes, das ist doch. Hm. Hä, wie soll man das denn packen, ey? Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Ja, hat Zeit abgelaufen. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich... Ähm... Ich muss jetzt hier... Ich mach jetzt hier einen Safe State und... ...wär das dann, ähm... ...wär das als extra Part hochladen und... ...aber ich werde mich vorher noch informieren, wie ich die letzte Stage hier quasi schaffe. Ich hoffe, es ist die letzte. Und dann werdet ihr den Party fertig machen. Bis gleich. So, ähm... Ja, wir haben uns ja... Ich hab ja hier letztes Mal so gefailt bei den Hühnern. Und... ...da sollte man ja drei Hühner in 55 Sekunden beim letzten Mal. Und eins ist hier drüben. Und das Rätsel ist, dass man... Ich hab's mir irgendwie schon gedacht. Ich hab's jetzt mal gegoogelt. Ich geb's zu. Man braucht, ähm... ...ein Item erst, um hier über den Fluss zu kommen. Das heißt, ich hätte mich wahrscheinlich hier noch die nächste halbe Stunde abgemüht und dann den Controller in die Egel geschmissen. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Und, ja. Das war's dann. Deswegen war's das jetzt vorher erst mal... ...mit dem Hühner-Part. Ähm, ja. Viel Spaß noch bei meinen Videos. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.